Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und heute spielen wir eine wirklich richtig, richtig coole Runde Murder Mystery. Das wird so cool. Oh, stimmt. Ich bin so gespannt. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Ich glaube dir kein Wort, Katja. Du bist schuldig, schuldig, schuldig. Ich bin wirklich nicht schuldig. Äh, warte, was? Was? Epic, ich habe schon ein Gold und ich werde jetzt den Mörder finden. Oh, sehr gut. Ich glaube nämlich, du bist der Mörder. Ich bin kein Mörder. Oh, oh, ich bin auch kein Mörder. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin unten und du? Ich bin oben, aber bis jetzt ist auch noch nichts hier passiert, deswegen ist alles gut. Okay, so und so. Ich sammle hier schön Gold. Ich habe schon drei Gold und bald einen Bogen. Noch ein bisschen mehr Gold. Noch mehr Gold. Okay, hier ist kein Gold. Und Katja, du musst gleich jemanden wegschnetzeln. Nein, ich muss keinen wegschnetzeln. Ich brauche sechs Gold, dann kann ich wen wegschnetzeln. Oh, oh. Da wurde jemand weggeschnetzelt. Ich habe nichts gemacht. Da hinten, du kannst gucken, da ist keiner. Hm, okay, Moment mal. Bestimmt da hinten oder oben. Und zack, ich habe schon fünf Gold insgesamt. Ich habe immer noch vier. Wo bist du denn überhaupt? Oh, fünf. Zack und... Moment mal, da hinten ist auch noch ein bisschen Gold. Da wurde schon wieder jemand weggeschnetzelt. Wollen wir nicht. Hallo, das... Oh, Goldi. Hallo. Hast du wen weggeschnetzelt? Nein, ich komme hier nicht rein. Moment mal. Da hinten liegt Gold. Katja, ich bin es nicht. Ja, ich bin es auch nicht. Liegt hier hinten einer? Nein. Okay, warte. Wir beide sind unschuldig. Wir müssen den Mörder suchen. Ja, ich habe acht Gold und du? Sechs. Oh, sehr nice. Okay, da haben wir beide gleich einen Bogen. Oh, ich habe neun Gold. Noch ein Gold, bitte schön, da habe ich einen Bogen. Das ist so nice. Ein Bogen, bitte, für mich. Okay, ich brauche auch noch einen Gold. Ja, ich habe einen Bogen bekommen. Sehr nice. Okay, wir müssen jetzt unbedingt den Mörder finden. Ähm, aufpassen. Oh, nicht nach oben, nicht nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt gleich einen Schneesturm. Da ist Gold. Moment mal. Nein, da ist Gold. Oh, sorry. Ja, ich habe einen Bogen. Sehr nice. Aber Moment mal, Katja. Wer ist denn jetzt hier der Mörder? Bitte schön. Ich habe bis jetzt noch keinen, naja, gesehen, der jemand anders weggeschnetzelt hat. Hier liegen so viele. Da wurde wieder jemand weggeschnetzelt. Aber wo? Weiß nicht. Oh, oh. Moment mal. Vielleicht ist da oben jemand Mörder. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Oh Gott, hier gehen sich welche, naja, gegenseitig anzielen. Oh Gott. Du bist es. Wirklich nichts gemacht. Echt nicht? Oh mein Gott. Der ist der Mörder. Der ist der Mörder. Katja. Ja, ich habe ihn weggeschnetzelt. Oh, das war so nice. Und du wurdest leider weggeschnetzelt. Ach Mann, aber ich habe den Mörder gekriegt. Sehr cool. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich bin Mörder. Ich bin auch Mörder. Oh, sehr nice. Katja. Einer von uns beiden ist ein Quatschmacher. Ja, einer von uns beiden ist sogar ein riesiger Quatschmacher. Katja, hör auf. Du hast ihn mir weggeschnetzelt. Ich habe gar keinen weggeschnetzelt. Nein. Ich finde, hast du hier wen weggeschnetzelt? Nein, das kann nicht sein. Wie viel Gold hast du schon? Eins. Oh, zwei. Ich habe auch eins. Moment mal. War noch Gold? Oh, ja. Ich habe drei Gold. Ich bin kein Gold. Warum ist hier kein Gold? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal. Aber du hast doch ein Schwertchen. Ändi, bist du wirklich Mörder? Nein. Bist du Mörder? Du Gold. Ich bin kein Mörder. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. So, okay. Warte mal. Katja, ich schnetzel dich weg. Endlich, ich habe zwei Gold. Oh, das ist gut. Und hier sind Zombies. Oh, hallo. Ich sehe dich. Hallo. Und... Da wurde jemand... Moment mal. Ist das der Mörder? Da wurde jemand weggeschnetzelt. Ich bin mir nicht ganz sicher insgesamt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Hier liegt auch wer, glaube ich. Oh, pass bloß auf. Hier liegt gar keiner. Ich dachte, hier liegt wer. Gott, du musst richtig dort aufpassen. Okay. Ich sehe dich. Hallo. Hallo. Hast du dir jemanden weggeschnetzelt? Ich habe keinen weggeschnetzelt. Hm, okay. Hallo, Katja. Hallo. Äh... Bist du Detective? Nein, leider nicht. Ich bin wirklich unschuldig. Und ich habe jetzt... Oh, da ist ganz viel Gold. Oh, da ist richtig viel Gold. Oh, ich habe gleich einen Bogen. Oh, sehr nice. Hm, okay. Aber wer ist hier bitteschön der Mörder? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Hier ist auch keiner. Vor allem hier liegt ja einer. Oh, da sind wieder Zombies. Äh... Oh, oh. Pass bloß auf und... Äh... Da wurde schon wieder jemand weggeschnetzelt. Da... Oh, was? Da haben sich zwei gerade weggeschnetzelt. Was ist denn hier los? Ich habe einen Bogenschuss. Das ist gut. Sehr gut. Okay. Wer ist hier bitteschön der Mörder? Es sind noch neun Leute übrig. Katja, tschüss. Was denn? Ich habe einen Bogen. Ja, du kannst mich weggeschnetzeln. Oh, hallo. Da bin ich ja wieder. Okay, Moment mal. Wer ist hier bitteschön der Mörder? Hier werden so viele Leute die ganze Zeit weggeschnetzelt. Das stimmt. Und hopps. Und da wurde wieder jemand weggeschnetzelt. Vorne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Warte mal. Äh... Da sind wieder die Zombies. Okay, ich bin weg. Oh, oh. Pass bloß auf. Hast du schon einen Bogen wenigstens? Ja, ich habe schon einen Bogen. Okay, wer ist hier der Mörder? Ich habe auch kein einziges Mal den Mörder hier gesehen insgesamt. Und es ist nur noch sieben Leute. Bist du Mörder? Nein, ich bin kein Mörder. Epic, du bist bestimmt Mörder. Nein, du bist... Du bist Mörder. Ich bin kein Mörder. Oh, der will... Der wollte mich abschnetzeln. Wer wollte dich abschnetzeln? Der im gestreiften Oberteil. Was ist denn hier los? Bitteschön. Vielleicht ist er der Mörder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo bist du eigentlich? In der Mitte jetzt. Hallo. Hallo. Moment mal. Der wollte mich einfach wegschnetzeln. Was ist denn da los insgesamt? Wir sind richtig viele Zombies. Hm, okay. Ist hier irgendwo... Da wurde wieder... Katja? Hast du da hinten jemanden... Das war der Zombie. Ich war es wirklich nicht. Katja? Epic, ich war es wirklich nicht. Wenn da hinten jetzt jemand liegt... Ja, da liegen ganz viele... Da liegt ja... Katja! Ich bin es nicht. Du bist Mörder Nummer 1. Ich bin es wirklich nicht. Es sind 60 Sekunden noch. Ach, Mann. Hallo. Hallo, Katja. Ich bin es nicht. Epic. Okay. Soll ich dich... Nein, du bist ein Mörder. Ja. Gut, lass das. Katja, du bist ein mieser fieser Mörder. Ich weiß es ganz genau. Ja, ich bin aber kein Mörder. Moment mal. Der zieht auf mich? Hey, der hat drauf nicht geschossen. Ich habe ihn für dich weggeschnetzelt. Du bist ein Mörder. Ich wusste es. Dein Anfang bis Ende. Katja? Ja? Wo bist du? Du hast noch 20 Sekunden Zeit. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, du bist von Anfang an Mörder. Ich wusste es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Epic. Bye, bye. Nein, die hat sich getroffen. Oh, war das knapp. Oh, das war so knapp. Das war so knapp. Ich soll dich weggeschnetzeln. Ja, ich habe dich weggeschnetzelt, du mieser fieser Mörder. Oh, das war so nice. Du bist Mörder, Katja. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich sammle jetzt hier Gold und dann kaufe ich mir eine richtig coole Schaufel und dann habe ich Schneebälle. Das ist sehr cool. Ah, das ist nice. Okay, warte mal. Ich habe noch gar kein Gold gefunden. Und zack. Und warte mal. Bitte eine Schaufel, wasch, wasch. Und ja, ich habe jetzt eine Schaufel und damit kann ich mir Schneebälle holen. So, bitte mehr Schneebälle. Noch mehr Schneebälle. Und zack. Ich habe 25 Schneebälle. Ich habe noch kein Gold gefunden. Ich bin die ganze Zeit oben, aber irgend passiert hier nichts. Ich schmeiße Schneebälle hier die ganze Zeit rum. Ey, Peek. Ja, bitte. Bist ein Quatschmacher. Hey, was soll das denn heißen? Ach, endlich ist hier Gold. Und zack. Okay, warte, hier wurde wer weggeschneitzt. Ich habe schon drei Gold. Ist er der Mörder? Wer? Weiß ich nicht. Bist du oben oder unten? Ich bin oben. Okay, ich komme zu dir, ja? Oh, ich erschrecke mich so bei den Herzen. Da denke ich immer, du hast ein Schwertchen. Nein. Und hopps. Ich habe schon vier Gold insgesamt. Ich habe fünf Gold. Und zack, und zack. Ach, Mann. Das ist so doll lustig. Okay, Moment mal. Hm, hier ist noch ein Gold. Ich habe schon sechs Gold. Und du? Ich habe fünf Gold. Sehr nice. Okay, wer ist hier bitte schön der Mörder? Ich bin mir echt nicht ganz sicher insgesamt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, warte mal. Es passiert ja wirklich gar nichts. Das noch Gold, das noch Gold. Und zack. Ich habe gleich einen Bogen. Ich habe auch gleich einen Bogen. Oh Gott, ich muss hier runter. Schneesturm. Ich muss hier runter, ich muss hier runter. Ich bin oben, ich bin oben. Oh Gott, ich bin gleich weg. Oh, pass bloß auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe einen Bogen. Das ist nice. Sehr nice. Ich brauche noch ein Gold. Das noch ein Gold. Und bitte noch einen Goldmarschmarsch. Ja, ich habe auch einen Bogen. Epic, was ist hier mit dem Mörder los? Man macht ja nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bist du ja Mörder. Nee, dann hätte ich oben schon längst ihn weggeschnetzelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Hopps und hopps und hopps. Ich habe einen Bogen. Jetzt müssen wir den Mörder suchen. Und ja, ich habe doch zwei Gold. Ich versuche zu ihr runter zu kommen. Oh ja. Hallo Epic, ich bin hinter dir. Hallo, ich habe schon fünf Gold. Gleich habe ich meinen zweiten Bogenschuss. Das ist sehr gut. Hier liegt einer. Wo? Hier liegen zwei sogar. Wo bist du? Ah, hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast recht. Moment mal. Das ist doch Gold. Nein, du hast mir das Gold geklaut, Katja. Epic, bist du Mörder? Nein. Ich bin wirklich kein Mörder. Wirklich nicht. Echt nicht. Nein, echt nicht. Und zack, ich fahre wieder nach oben. Bye, bye. Katja. Was denn? Der Mörder schnett sich hier richtig viele Leute weg die ganze Zeit. Epic, ich bin tot. Oh nein. Aber warte mal, Epic, du bist ja Mörder. Ich schnett sich hier die ganzen Leute weg. Und warte mal. Ich wusste es. Und zack. Da hinten ist der Detective. Oh nein, bitte nicht mich wegschnetzeln. Moment mal. Und Detective. Ja, ich habe den Detective weggeschnetzelt. Und jetzt sind noch fünf Leute übrig. Und Moment mal, der wird auch weggeschnetzelt. Oh, ich habe den nicht getroffen. Treffe ich den? Und nein, den habe ich auch nicht getroffen. Moment mal. Da oben ist noch einer mit Bogen. Nicht mich wegschnetzeln. Nicht mich wegschnetzeln. Und zack, ich habe ihn weggeschnetzelt. Und Moment mal, der wird auch weggeschnetzelt. Ja, sehr nice. Und es sind noch drei Leute übrig. Und ich habe noch 24 Sekunden Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zack. Du wirst auch weggeschnetzelt. Moment mal. So, zack, zack, zack. Bitte stehen bleiben. Und zack, den habe ich auch weggeschnetzelt. Und nein, den habe ich nicht getroffen. Moment mal. Ich habe noch zehn Sekunden Zeit. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Und zack, den habe ich auch weggeschnetzelt. Ist noch einer übrig. Ich habe noch sechs Sekunden Zeit. Und... Nein, das ist der letzte. Nein, 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 nein. Das war so knapp, Kata. Ich habe fast alle weggeschnetzelt. Ist es nur noch einer übrig. Ach Mann. Das hat richtig doll viel Spaß gemacht. So Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch. Und ein Abo da. Schaut da, der lieben Kata, vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.